Wir müssen Schon wieder Tagräumen, Dieter? Trainieren wir nicht? Ich bereite mich nur vor. Du kannst dich aufwärmen. Ha, Himmel! Ich glaub, mein Schwein pfeift. Okay, Leute, heute werden wir üben, wie man 1 gegen 1 mit dem Torwart schafft. Franz, du bist unser technisch begabtester Spieler. Können Sie den Ball auf Ihren Fuß legen und dort halten? So was? Großartig! Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit Kontakt zum Ball haben. Jetzt gehst du hinter die Abwehr, Fritz. Aber ich stehe 10 Meter im Abseits. Nein, das bist du nicht. Du warst beim ersten Kontakt dabei. Und jetzt, Franz gibt den Ball zu Fritz. Es bleibt nur noch der schwierige Teil, Fritz beizubringen, wie man das Ziel trifft.